Das ist hier keine Bibel, aus der zu zitiere. Wie wir in den Pflegeheimen Leute schützen, dieser Pandemieradar, das Impfkonzept wird vorbereitet. Das sind alles Dinge, die wir jetzt schon beschlossen haben. Und jetzt kommt noch schnell das hinterher mit den Maßnahmen, Infektionsschutzgesetz. Wir müssen jetzt wirklich Gas geben. Traut euch und widersprecht. Klar, warte, aber morgen wird Freiheit für das Mund gebracht. Kommt dazu, Gerdic, Spaziergangs da. Gerdic, Spaziergangs da. Wir sind immer versteht, dass die einverstandsbezogene Impfpflicht zur Hand, das Pflegepersonal und die Menschen im Gesundheitswesen aus ihrem Beruf in die Hand. Wir sind nicht damit einverstanden. Wir sind der Meinung, diese Menschen sind systemrelevant. Sie haben das Recht auf den Eierklauber. Sie haben das Recht auf freie Impfentscheidung. Und dafür sind wir auf der Chance. Nicht für uns, nicht für uns, nicht für uns, welche Personen, sondern für die Inhalte und für alle 13 Menschen dieses Land. Vielen Dank, Karl-Hein, Zeit für die Stimmung. Christoph, Frieden! Christoph, Frieden! Christoph, Frieden! Untertitelung. BR 2018 Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Frieden! Freiheit! Danke! Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Einige von euch kennen uns ja schon. Drei, fünf, zwei, sechs, 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 sechs.